Herr Kaiser, Sie werden mit einem Wanted gesucht, ne? Und, laut meiner Information haben Sie keinen Waffenschein. Herr Kaiser, hören Sie mich. Den haben Sie mir ja gerade abgenommen. Ich habe nichts abgenommen. Ja, Ihr Kollege wahrscheinlich. Dat weiß ich nicht. Herr Kaiser, Sie sind eine linke Sau, Sie haben uns angelogen. So. Aber die Herren, ich hätte gerne mal Ihren Dienstausweis. Den müssen wir Ihnen nicht zeigen, da wir in der Spezialeinheit sind. Sieht man in der Maske. Na, so spezial verhalten Sie sich aber nicht. Ja, dann ist das so, ne? Das ist Ihre Auffassung. So, Herr Kaiser, mein Kollege macht Ihnen mal die Akte, ne? Wenn Sie weiterhin so frech sind, gibt es ein paar in die Fresse. Ich ziehe Ihnen mal die Maske ab und lege sie in den Rucksack. Du Arschloch! Ganz ruhig, Herr, 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 ähm, Geldschort. Mann, ich rieche doch da glatt ne Dienstaufsichtsbeschwerde. Halt das Maul! Das Maul! Das Maul! Untertitelung des ZDF, 2020